Alkao Rasentraktor T18-111.9 HDS Black Edition Seitenauswurftraktor mit 3 in 1 Funktion, Mähen, Seitenauswurf und Mulchen Leistungsstarker Bricks und Stratten Power Build Motor mit 9,5 kW, 500 ccm Hubraum und 1 Zylinder Antrieb über Fußhydrostat, stufenlos Mit ergonomisch angeordneten Pedalen große, breite Räder 15, vorne und 18, hinten, für besten Antrieb und optimale Traktion Schnittbreite 110 cm, geeignet für Rasenflächen bis 6,000 m² Abmessungen L190 cm XH 118 cm XB 116 cm Scheinwerfer optional erhältlich Entdecken Sie die schönen Seiten des Rasenmähens mit unserem Alkao Black Edition Rasenmäher Traktor Der Rasenmäher Traktor Alkao T18-111 9 HDS Black Edition Besticht vor allem durch seine hohe Wendigkeit Das Kraftpaket mit leistungsstarkem Bricks und Stratten Motor Ist der ideale Partner für mittelgroße Gärten Der Rasenmäher Traktor Alkao T18-111 9 HDS Black Edition Hochwertige Komponenten Entwickelt in Deutschland und gefertigt In Österreich, so präsentiert sich der Rasen Traktor Alkao 18-111 9 HDS als Exklusive Black Edition Dank des Seitenauswurfs entfällt das Lehren des Grasfangkorps, sodass sich sogar größere Grundstücke in einem Mähgang schnell bearbeiten lassen Dabei behält der Rasen Traktor jedoch eine hohe Wendigkeit und fühlt sich dadurch in den meisten Gärten wohl Umfangreiches Rasen Traktor Zubehör, wie Schwadablage, Schneeschilder U, V, M und das leicht ausbaubare Medec Ihn zu einem Multitalent im Sommer Wie im Winter Wer einen preisgünstigen Rasenmäher tragt Oh, für fast jeden Einsatz weg Sucht, ist mit diesem Produkt bestens beraten Technische Details des Rasenmäher Traktor Alkao T18-111 9 HDS Black Edition Der Rasenmäher Traktor aus der Black Edition Produktlinie ist mit seiner Schnittbreite Von 110 cm perfekt geeignet Um große Rasenflächen effizient und schnell Zu mähen Angetrieben wird der Rasen Traktor Alkao T18-111 9 HDS Black Edition Von einem 9,5 kW starken, weibrischensarmen Bricks und Stretten Power Build 4175 Motor Die Schnitthöhe lässt sich Schnell und einfach mit einem Handgriff In sechs Stufen von 30 mm bis 80 mm verstellen Das langlebige Medec aus Stahlblech Beinhaltet zwei Messer für einen sauberen Grasschnitt und kann mit einfachen Handgriffen ausgebaut werden Dadurch sind eine schnelle Reinigung und ein Zeitsparender Messerservice möglich An die Front des Rasenmäher Trakt Alkao T18-111 9 HDS Black Edition kann Zudem im Winter ein Schneeschild angebaut werden Durch Zubehör wie unsere Gartenwalze Unterstützt dieser Rasentraktor sie auch im Sommer Bei weiteren Arbeiten Die extra großen Reifen Mit bis zu 18 Zoll sorgen auf jedem Untergrund Und in jedem Terrain für einen Guten Grip und zügiges Vorankommen Einen weiteren Komfortvorteil bieten sowohl Das griffige Lenkrad als auch die Übersichtlichen Bedienelemente Danke fürs Zuschauen Doppelgültere Musik 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 Bis zum nächsten Mal.